Ah, da seid ihr ja schon wieder. Boah. Ich dachte, ich könnt ihr kurz alleine ein bisschen chillen. Aber ne, da seid ihr ja schon wieder dabei und wollt wahrscheinlich jetzt wieder Action sehen hier. Ja. Ich brauche euch aber auch ehrlich gesagt, denn für diesen kranken Bosskampf hier gegen Space Mama ja, brauche ich unbedingt eure Unterstützung, denn sonst wird das hier nämlich nichts. Verdammte Axt, Mann. So, da ist sie nämlich schon. Und ja, am besten müssen wir die erste Phase ohne Treffer bestehen. Ansonsten haben wir nämlich klar keine Chance hier. Aber ich weiß nicht, wie man das schaffen soll, denn sie kommt jetzt nicht immer näher. Ohne Witz, wie soll man das machen? Das geht doch nicht. Also wer mir sagen kann, wie man das machen soll, dass man da nicht getroffen wird. Der Kickenkeks. Nee, ernsthaft. Ich weiß es nicht. Ja, wir hatten zum letzten Part schon einigermaßen weit geschafft einmal, aber da haben wir auch echt Glück gehabt. Und dann kamen übelst erkrankte Scheiße noch, also dass man hier nicht mal ein P kriegt, finde ich sehr unfair. Ich meine, bei Mr. Stone damals hat man wenigstens ein P bekommen, dann war es einigermaßen machbar. Aber bei der kriegt man ja überhaupt nichts. Nur einer aufs Maul und sonst nichts. So, jetzt kommt mir schon die nächste Phase. Und die ist zum Kotzen, ne? Ihr kennt sie schon. Oh, ich muss euch ja nichts erzählen. Ihr wisst ja schon Bescheid, was da jetzt kommt. Und ja, klar. Jetzt kommt der schon mal wieder. So. Also hier dürfen wir am besten kein Leben verlieren. Das sollte nicht so schwierig sein eigentlich. Denn das ist eigentlich relativ machbar hier. So, was kommt jetzt? Jetzt kommt das. Da waren wir an der Stelle hier sicher. Und da kam noch mal so ein Scheiß. Und da wusste ich nicht, wo wir sicher sind. Das werde ich jetzt mal kurz ausprüfen. In der Mitte. Da. Sind wir sicher, wenn wir uns hier ducken. Genau. Okay. Da haben wir letztes Mal noch ein Leben verloren. Und hatten dann nur ein Leben für Space Mama. Und das hat sie uns sehr schnell abgezogen. Ja. Und jetzt kommt halt der Schmarrn hier. Aber wie gesagt, das mit den Töpfen, das geht eigentlich. Das braucht halt ewig leider. So, als umdrehen, dass ich dann schon durch die Position fürs Krabbeln bin. Genau. Da müssen wir... Oh, beweg dich schneller, Mann. Das kann knapp werden. Ne, ganz. Okay, jetzt kommt sie wieder an. Jetzt gibt es einen aus die Fresse, Mann. Jetzt versteckt sie sich aber gleich wieder hinter der Waschmaschine. Genau. Einfach draufzimmern. Werden die müssen wir kaputt machen. Ja, jetzt rastet es ja richtig aus, ey. Das ist echt nicht leicht. Hä, ey, 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 das ist schon wieder so scheiße, Mann. Das war... Nein, warum? Ja, klar. Ey, dieser Bosskampf ist so unfair. Vor allem, dass man nur drei Leben hat. Ihr wisst schon. Ey, fünf, fünf wären doch wirklich machbar. Wieso kriegt man denn kein Scheiß-P hierfür? Ich verstehe das wirklich nicht. Also, es ist doch nicht zu viel verlangt. Mein ein Scheiß-P, meine Hüse, geht's doch eher. Man kann nicht erwarten, dass man das aus dem vorherigen Level mitbringt. Weil das ist komplett gestört, das vorherige Level. Ah, jetzt kommt sie ja an. Hab ich vergessen. Also, wenn man wenigstens hier am Anfang kein Leben verlieren würde, aber da verliert man ja immer ein Leben, weil... Ja, ich wüsste nicht, wie man da keins verlieren soll. So, jetzt hab ich's einmal gelaufen. Weil drüber springen geht nämlich auch nicht. Es klappt ja nichts. Nichts klappt. Na, aber wir dürfen bei diesem Waschmaschinen-Scheiß kein Leben verlieren. Das ist wichtig. Weil so schwierig ist das eigentlich nicht. Man muss so ein bisschen ausweichen. Und das war's eigentlich. So, jetzt kommt der Scheiß. Also, am Anfang verliert man, glaube ich, immer an Leben. Das kann man nicht verhindern. Oder ich wüsste nicht, wie. Ich würde es aber ganz gerne wissen, denn dann wäre man wesentlich besser dran. Die Töpfe, die, ja, die brauchen leider sehr viel Zeit hier, das Malen. Also, ich denke mal, ich werde es euch so ähnlich zusammenschneiden, wie ich auch schon den... Weiß ich, welcher Passkampf war das? Den anderen Space Mama-Basskampf zusammengeschnitten hab. So, jetzt ist es, glaube ich, schon im Agro-Mode, ja. Genau, also, das schneide ich euch ein bisschen zusammen, sodass ihr... Drauf habt's! Und nein! Hä? What the fuck? Wie hätte ich denn da ausweichen sollen? Ja, gut, jetzt bin ich tot, ja. Da, ich weiß nicht, wie man sich gescheit drehen soll, das kriege ich einfach nicht hin. Auf dem PC. Tut mir leid. Und hier ist mein so stämlicher Vorhang, Alter. Und darum leckt das denn immer so behindert sich am Anfang. Komm, mach hin, Mann. Bitte beeil dich doch einfach... Also, dieses dritte Level hat mich echt fertig gemacht. Bei dem Bosskampf... Äh, von dem Bosslevel. Und das Level hier natürlich, ne? Das ist ja auch komplett gestört. Ja, jetzt hab ich, glaube ich, eh schon verkackt. Oder nein. Ich glaube, man muss tatsächlich ganz am Anfang schnell unter sie durch. Dann schafft man's vielleicht ohne Treffer. Also, es muss ja gehen, ne? Hallo, nein, jetzt hab ich's richtig verkackt, oder? Ah, nee, hab ich nicht. Hey, lol. Jetzt hat sie aber nur zwei Treffer gewollt. Sonst wollt's immer drei haben, bevor du's abgehauen hast. Okay, also vielleicht geht es tatsächlich, dass man das irgendwie so machen muss. Okay, was war der Scheiß jetzt? Hau ab, Mann. Ich bin's einfach auch richtig unfair, dass die irgendwie zehn Millionen Leben hatten. Ich hab drei Treffer, darf ich mir erlauben. Wovon einer, den muss man irgendwie kassieren. Das schafft man sonst nicht. Und ja. Das find ich schon unfair, muss ich wirklich sagen. Boah! Also, wenn der Kampf so wie in der ersten Phase wäre, wäre das ja... Okay, sucht dich doch, du Spaten! Boah! Der ist so irre. So, jetzt rastet sie aus. Genau, jetzt kommt der Scheiß. Ich glaub, da spring ich einfach drüber. Oder... Ja, eigentlich schon. Ja. So, jetzt kommt der Scheiß hier irgendwo. Genau, ich stehe perfekt. So, was kommt jetzt? Okay, jetzt kommt nochmal so einer, der ist leicht. So, jetzt. Okay, jetzt kommt der Scheiß. Ja, aber die Töpfe, da darf man echt eigentlich keine Leben verlieren, weil die sind eigentlich nicht so... Lächerlich. Es ist lächerlich. Das ist das, was ich an diesem Spiel abgrundtief hasse. Diese dumme Hitbox immer, ey. Das ist unglaublich, wie abnormal die einfach ist. Man muss das Ding nur... Das ist schlimmer als die Bombsen Mario Kart 8, ey. Ohne Witz. Man muss das nur Millimeter berühren und schon flennt der Typ rum. Das ist zum Kotzesten. Ich weiß übrigens nicht, ob man sich da immer ducken muss. Ich mach's einfach, weil ich da keinen Bock hab, ein Leben zu kassieren, deswegen. So, jetzt kommt der schon mal an. Ja, warten, bis der Scheiß-Topf weg ist, weil die Hitbox, ja, ist behindert. So, jetzt krabbeln wir schnell dahin. So, jetzt kommt sie wieder an. Wo ist sie? Gibt's eine rein, Alter. Verpiss dich, du blöde Bitch. Ja, warum greift sie an? Hau ab, Mann. So, jetzt kommt der richtige Scheiß. Also, das ist fast am schwierigsten bisher. Weil die Kochtöpfe, die sind machbar, weil die immer gleich sind. Aber der Scheiß ist ja nicht immer gleich. Jetzt schießt sie von unten, jetzt schießt sie von oben. Das hat auch nicht so viele Treffer, diese dämliche Waschmaschine braucht. Aber die scheint schon fast tot zu sein. Komm, Raymond, mach sie fertig. Mach sie fertig, bitte. Ja, komm. Ja, jetzt rastet's aber aus, ey. Wie schnell schießt'n die jetzt? Ich muss jetzt zum Kotzen. Aber die macht immer abwechselnd oben, unten. Ja, komm, wie viel hält die Scheiß-Waschmaschine aus? Boah, was? Boah, das war eigentlich ein Treffer für dich. Also, da muss ich jetzt mal das Spiel loben, dass es mir das nicht angerechnet hat. Ja, klar, Alter. Wie viel hält diese Scheiß-Waschmaschine eigentlich aus? Jetzt mal ganz im Ernst. So, jetzt hat sie noch vier Leben. Aber dazu kommt die Waschmaschine. Ich weiß nicht, wie... Die braucht anscheinend zehn Millionen Treffer, bevor die mal endlich kaputt ist. Wobei man sich da fast immer ducken kann, wenn ich es richtig gesehen habe. So, aber jetzt nicht. Aber jetzt? Ich mach das einfach ganz langsam. Weißt du, da kommt mir kein Stress hier. So, jetzt schießt's aber schneller, leider. Jetzt kommt's, glaub ich, ganz unten hin, ja. Okay. So, jetzt kommt's, glaub ich, ganz unten hin. So, jetzt kommt der Scheiß, jetzt kommt aber gleich das nächste, der ist hier, glaub ich, irgendwo gewesen. Ich geh lieber ein bisschen weiter zurück. Was ist das denn? Jetzt ist das ganz woanders. Okay, cool. Ja. Das ist natürlich auch cool, dass es nicht mal das gleiche ist. Hat man voll die Chancen und so. Hm. Ja, also wenn ich nicht in diesem Kampf gleich getroffen werde, also bei diesem Waschmaschinenfight, dann werde ich eh 100 pro von der Waschmaschine selbst getroffen, denn das Ausweichen dort ist auch noch mal richtig schwierig, das zu teilen, dass man da genau im richtigen Augenblick, äh, rennt. Also im Grunde dürfen wir halt diesen Treffer am Anfang nicht verlieren und hier müssen wir auch Glück haben, dass, äh, da wo ich ungefähr bin, dass ich von dort aus, äh, warum springt der denn? Ich hab nicht springen gedrückt. Nee, also das krieg ich nicht hin, aber egal, wir haben's. Komm, jetzt schaffen wir's. Bitte, 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 bitte. Das ist nicht mehr viel. Scheiße. Okay, das war, glaub ich, hier die Mitte, was, hey. Wie schnell kommt der an? Alter, wie soll man den treffen? Ich treff den doch eigentlich voll, die ganze Zeit. Ja, jetzt schießt der zwei Blöder. Ach, komm, das ist doch kacki, dieses Spiel. Ganz im Ernst, was soll das denn? Mal schießt der zwei Mal, mal schießt der einmal. Boah, wir waren nicht so gut. Kein Treffer während der Waschmaschinenphase. Irgendwann später. Ah, der eine Treffer hätte nicht sein dürfen, ey, der war doof. Mh, man. Trats doch einfach ab, man. Scheiß Biss, Mama, ey. Aber ich glaube, nachdem man sie getroffen hat, schießt sie immer in der Mitte. Kann das sein? Oder ist das nur Zufall bei mir? Ne, ich glaube, das ist tatsächlich immer so. Das wäre echt epic. Aber da kann man sich immer ducken beim Ausweichen. Ja, tatsächlich. Tatsächlich. Das ist interessant. So, jetzt ist gleich die Waschmaschine weg und der muss dann da ausweichen. Ups. Ja, jetzt gibt es lange. So, jetzt. Jawohl! Komm, hau ab, Mann. Bitte, bitte, verpiss dich einfach. Ich treffe sie eigentlich vollkommen, Alter. Verarsch mich da nicht. Jetzt kommt sie natürlich da runter. Ja, komm, wie soll ich das machen? Die kommt doch genau da runter, wo ich im Safe getroffen werde. Ich verzweifle echt an diesem Boss hier. Also, das ist viel zu schwierig ohne das P. Ich weiß auch nicht, wie die Entwickler vorgestellt haben. Äh, also, glücklich. Ich verstehe es nicht. Das ist einfach viel zu schwierig. Meine Ziererin mit der Mitte scheint zu stimmen. So, jetzt kommt sie gleich angeflogen, die Waschmaschine. Jetzt nämlich. Ja, jawohl! Ich verstehe nicht, warum ich sie jetzt nicht hauen kann. So, hier brauchen wir Glück. Okay, das ist scheiße. Das ist richtig scheiße. Okay, wir müssen gleich, ja, das war gut. Gleich wegwerfen. Das ist eine gute Idee. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Ach, fuck, jetzt macht sie ja zweimal. Nein, warum habe ich das vergessen? Nein, nein. Ich hasse dich so. Du blöde Putschern. Nein, verdammt nochmal. Och, Kacke. Wirklich, der Bosskampf macht einen wahnsinnig. Ich weiß, mein Commentary ist wirklich richtig schlecht gerade, aber ich will einfach nur diesen dämlichen Bosskampf schaffen. Der Rest ist mir scheißegal. Solange wir jetzt nicht noch, ja, selbst wenn wir, selbst wenn wir I1 in Game Over nur noch haben, ich mache dieses dämliche Level nicht noch einmal. Es reicht mir einfach einmal. Ich will es nicht nochmal machen. Dann muss ich halt danach nicht mehr Game Over gehen. Ich meine, es juckt ja eigentlich nicht, wie oft man Game Over geht, ne? Solange es halt nicht, äh, das Maximum überschreitet. Ja, das Minimum, natürlich. Ja, ich kann eh nichts mehr. Ich hab mich so in den Wahnsinn, diese dumme Tussi hier. Komm. Äh. Ja, komm doch einfach noch, nee. Das ist doch kein Ding. Komm, lass doch kuscheln, ey. Ohne Witz. Wenn du eh schon so nah dran kommst, ey. Komm, fach. Pst, dich doch einfach. Also der Treffer am Anfang, der ist echt richtig behindert. Ich weiß auch nicht, ich sag's ja die ganze Zeit schon, was man dagegen machen soll. Ich kann es euch nicht sagen. Ich würde es echt gerne wissen. Sehr gerne. Aber schon wieder nur ein Treffer, ey. Das ist, ein Treffer ist echt scheiße, weil ich bin dann halt sofort tot. Und jetzt habe ich eh verkackt. Ja. So wenig Spaß hat den Bosskampf noch nie gemacht. Noch nie in einem irgendeinem Videospiel hat den Bosskampf so wenig Spaß gemacht wie der Scheiß hier. Also ja, ich cutte das ja für euch. Ansonsten würde das auch übel lang gehen. Ich weiß nicht, wie lange ich das schon probiere hier. Weil es halt auch übel lang dauert, weil der Scheiß hier immer rumleckt. Muss man schon allein zehn Minuten warten, bis man überhaupt mal starten darf hier in dem Bosskampf. So, ich weiß nicht, ob es dahinten da besser ist, ob davor besser ist. Das ist ja kein Plan, wirklich nicht. So, einfach draufzimmern, ey. Komm. Jetzt habe ich sie schon einmal, dann gleich nochmal. Also manchmal fällst du halt irgendwie nach hinten, manchmal auch nicht. Und jetzt habe ich sie eh verkackt. Komm, jetzt treffst du sie wenigstens bitte noch. Ja, danke schön. So, jetzt ist sie wieder nach hinten gerutscht. Also ich verstehe wirklich nicht. Manchmal klappt das manchmal nicht. Ah, jetzt ist sie, jetzt haut sie wieder ab. Jetzt habe ich wieder keinen Treffer bekommen. Das war echt gut. Also ich verstehe nicht. Manchmal hat man das Glück, manchmal nicht. Das ist immer unterschiedlich. Aber dafür habe ich sie jetzt halt nicht viel mal getroffen. Müsste auch bedenken. Also ich habe ein Leben mehr, aber sie leider auch. Wobei ich, mir ist es lieber, wenn ich ein Leben mehr habe, ehrlich gesagt. Und da muss ich mich gleich bei den Töpfen da echt konzentrieren, dass ich das nicht verkacke. Weil das ist echt nicht schwierig. Ich darf halt keinen Leichtsinsfehler machen. Sonst war es das halt, ne? So, das war jetzt scheiße, dass ich sie nicht getroffen habe. Ich glaube, das geht von den Gesamttreffern ab. Wie hat sie jetzt noch? Ich weiß nicht, sechs, glaube ich, ne? Ne, sieben. So, wenn sie jetzt noch einmal trefft, hat sie noch sechs. Und dann haut sie, glaube ich, ab. Genau. Und hätten wir sie am Anfang noch einmal mehr treffen dürfen, dann wäre sie jetzt nicht abgehauen. So, jetzt kommt sie wieder andersrum. Ihr müsst immer darauf achten, von wo die reinfliegt, glaube ich. Ja, dementsprechend sind die Töpfe angeordnet. Wenn sie jetzt von der anderen Seite angeflogen wäre, dann werden die Töpfe genau spiegelverkehrt angeordnet. Gut. So, jetzt kommt, glaube ich, genau. Jetzt kommt der Schmeiern. Kennen wir ja schon. Einfach nichts drücken hier hinten und warten, bis man losrennen darf. So, jetzt kommt sie an. Jetzt kommt der Quatsch. Das ist aber einfach. So, dann kommt das, wo man sich ducken muss, glaube ich. Genau. Und dann kommt, glaube ich, schon die letzte Phase. Genau. Das ist der Scheiß. Aber wobei das eigentlich machbar ist. Da war ich aber auch gerade richtig dumm, dass ich mich da nicht in die richtige Richtung geduckt habe. Denn dadurch hätte ich quasi ducken müssen, wenn ich laufe. Und das... Also die Richtung wechseln müssen wir ducken und das kann ich ja nicht, wie ihr wisst. Deswegen ist es wichtig, sich jetzt hier schon richtig rum zu positionieren. So, jetzt warten wir. Okay, das ist ein sehr guter Versuch. Das ist ein sehr guter Versuch. Jetzt müssen wir es schaffen. So, wo kommt es denn an? Na, da vorne. Gibt es einfach auf die Fresse, Mann. Verpiss dich, ey. So, aber jetzt nicht überheblich werden. Einfach ganz normal weitermachen. Ganz normal ist nichts passiert. Wir haben eigentlich noch einen Treffer im Essen jetzt schon, dass wir hier durchkommen. Das ist nicht wirklich ein Problem. Wir haben jetzt noch einen Treffer im Essen. Sehr gut. . Wir haben noch einen Treffer. Ja, das ist nicht nur. Ich habe ihn. Wir haben dann einen Treffer. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Kann sie da einfach nicht treffen, ach ja, jetzt kommt der Scheiß, okay, aber das geht, es geht, es geht, es ist machbar, müssen wir jetzt, jetzt kommt es halt genau hier runter, treffen, jawohl, sehr gut, jetzt hieß du zweimal, dich vergessen, zwei, zwei, okay, oh, ich bin so aufgeregt, hau ab, Mann, okay, jetzt nur einmal, egal, einfach genug bleiben, ich meine, passiert ja nichts, so, das war das hier, so, hau ab, Mann, das ist afgedreht, ist, das ist einfach nur das hier, ist, so, Ich hab dich bekommen und zwar ohne ein einziges Leben zu verlieren, von wegen No Damage ist kein Problem hier, ja. Kann ich auch. Alter, das war gestört. Mr. Dark, kidnap Spitzler. What the fuck, was geht jetzt ab? Okay, Mr. Dark hat uns mit Spitzler gestohlen, gekidnappt. Oh, das war krass. Das war richtig krass. Ja, Leute. Also streng genommen müsste ich jetzt dieses Level nochmal machen, aber ganz ehrlich, nö. Hab ich einfach keinen Bock drauf. Deswegen, jetzt ist es eh zu spät, ich hab gespeichert. Aber das Level hat mich echt sehr angekautzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Level war die Hölle. Space Mamas Krater. Nie wieder, nie wieder, nie wieder. Aber das Gute ist, glaube ich, dass alle Leben wieder da sein müssen, weil wir ja Game Over gegangen sind. Das heißt, ich kann jetzt in den Level, die wir schon gemacht haben und die einfach waren, meine ganzen Leben wiederholen. Und das heißt, ja, ich hab bis zum nächsten Part wahrscheinlich sehr viele Leben. Und dann geht's los mit, ich hab's glaube ich schon gespoilert gehabt, irgendwann mal den Höhlen von Scopes. Den Kristallpalast, das ist das erste Level, es müsste, glaube ich, wieder drei Stück geben, wie in jeder Welt. Fast jeder, die Abfallswelten hatten vier. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, lass ihn da um, da ich diesen dämlichen Boss geschafft hab. Und dann geht's beim nächsten Part weiter, hier bei den Höhlen von Mr. Scopes. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao.